da sind keine perfekt genau so was haben so müssen wir hier nur die richtung noch ändern genau dass wir nur nach da fahren und von hier genau dass es von da in die richtung geht genauso mal was haben so moment wir müssen das hier vielleicht noch mal etwas korrigieren so den kreis etwas breiter machen denn ich kann ja hier noch arbeiten ist kein problem perfekter kreisverkehr schon fast war mir vorher nicht möglich jetzt kein problem mehr wenn man sieht wirklich ein recht schöner kreis geworden so jetzt kann ich mich so an anbinden wie ich das haben möchte hier hinten autobahn so und jetzt kommt das dicke ding mit der waschfrau wieder machen das ding mal wieder rein das ding machen wir mal raus damit sich das nicht immer anbindet oder anbinden will vorne hin dann gehen wir nämlich jetzt hier höher damit wir da keine probleme kriegen kann ich ja nachher alles ziemlich will dass das nebeneinander steht weil ich möchte das gerne so nebeneinander gleich haben so dass das aussieht als wenn das quasi eine wäre jetzt eine in eine richtung geht wobei das kann man jetzt auch jetzt eben machen und dass da nur so ein bisschen was dazwischen ist ich hätte auch eigentlich gerade eine ganz andere ganz geile idee eigentlich die mir jetzt gerade eingefallen ist die ich ganz gerne mal realisieren würde mal zu sehen wie das aussieht wobei jetzt habe ich es aber so gebaut jetzt kann ich es eigentlich auch so lassen ganz ehrlich aber das ein andermal wenn ich noch mal so eine doppel doppelte jetzt baue wenn man direkt mit die richtung das war mit klar dass das jetzt nicht mehr funktioniert und und los two so jetzt so much Sieht doch ganz gut aus. Yes, das sieht ganz gut aus. Perfetto, perfetto. So, ich will wieder die Richtung ändern, wenn man nachher sagt, das geht nicht. Nein, das kann ich nicht so machen. So, alles klar. Ich überlege gerade was. Und zwar, ich habe mir gerade überlegt, ich könnte mir hier nicht einen Kreisverkehr drunter setzen. Hier ein Kreisverkehr und der bindet sich dann einfach hier an die verschiedenen Dinger einfach an. Wie wäre das? Das ist mir doch geil. Da machen wir nämlich eine 4-spurige, 4-spurigen Kreisverkehr machen wir dahin. Machen wir nämlich dann so ein Oval dahin. Weil ich gerade gesagt habe, 4-spurig und baue ihn gerade 3-spurig, fängt mir so gerade auf. Ist egal. Wir ändern das jetzt einfach wieder in 4-spurig. So, dann bauen wir einfach mal alles so ein bisschen weiter rüber. So, vielleicht müssen wir hier noch ein bisschen nacharbeiten, weil das ist hier so ein bisschen komisch geworden. So, ja, 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 ja. Wir können den eigentlich hier nochmal ein bisschen kleiner machen, wenn du mich fragst. Ja, damit das oben ungefähr gleich ist. Ja, so können wir das lassen. So ist okay. So, dann schließen wir nämlich jetzt hier einfach nur die zwei Linien jeweils an. Ähm, so. Ne, Moment. Wir machen es einfach so. Zack, die geht dann da drauf. Die geht dann da drauf. So, dann däme ich aus. Wieso macht er das da so gerade? Wieso macht der da nicht so einen Übergang? Ist der denn eigentlich nur hohl? Wieso macht der mir das so? Ist der eigentlich nur bescheuert? Das ist doch nur... Ich will doch nur, dass das anständig aussieht. Mehr will ich doch gar nicht. Möchte doch nur, dass das anständig aussieht. Mehr will ich doch wirklich nicht. Mehr Frage. Komm schnell, bitte raus. Mehr hier. So probieren wir das Mazon. Das selbe Ergebnis merke ich gerade, das bringt mir gar nichts. Ich weiß wie das aussieht. Das gefällt mir einfach nicht, das sieht scheiße aus. Das gefällt mir einfach nicht so wirklich. Das ist ein Kreisverkehr, das sieht nicht so aus wie ich es haben möchte, das sieht einfach scheiße aus. Deshalb scheiße auf den Kreisverkehr. Scheiß und die Kreisverkehr. So, Moment. Genau, wir müssen es einigermaßen gerade haben. So und dann hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Alles klar. So, dann müssen wir jetzt überlegen, wie wir das bauen. Eigentlich ist die Lösung nicht sehr schwer. Wir müssen eigentlich nur von hier, woher werden wir noch da bauen. Dann müssen wir eine schöne Kurve machen. Dann so geht. Dasselbe eigentlich. Ach ne, lol. Falsche Richtung. Genau, so wollen wir das haben. Ja, Moment. Moment. Perfekt. Wärts so lassen können, fällt mir gerade ein, denn ich kann es auch jederzeit wieder, wenn ich möchte. Ich kann es ja versetzen, wenn ich will, ist kein Problem. Sieht besser aus, ne? Ja. Sieht so besser aus. Okay. Dann müssen wir jetzt einfach nur die Verbindung von hier nach da noch machen und von da nach da bauen. Das ist jetzt nicht so schwer. So, und wir bauen das jetzt so und dann da dran. Joa, das geht. Schieben wir nur den Punkt etwas noch mal nach hinten. Soll ja nicht, soll nicht so komisch aussehen, soll auch echt aussehen, daher machen wir da doch anständig hin. Ja, Moment. Wir müssen uns hier etwas höher machen, denn das ist da zu niedrig. Das sieht unnatürlich aus, weil die Leute da nicht durchfahren könnten. Das hier so ein bisschen höher lassen. Ne? Genau so. Dann können auch Autos durchfahren, dann passt das nämlich. Vielleicht noch mal ein bisschen anheben, ein kleines Stück. Ja, noch mal ein bisschen. So. Dann müssen wir den Punkt auch etwas nach hinten schieben. Genau. Dann haben wir nämlich da schöne, saubere Übergänge. So. Moment. Das muss ja oben bleiben. Das geht ja gar nicht anders. So. Aber hier der Punkt, der sieht scheiße aus. Das ist wieder die Schuld von Cities. Ort ist bereits belegt. Ich hasse diesen Satz. Weißt du das, wie ich diesen Scheißsatz hasse? Hast du diesen Satz mittlerweile? So. Genau. Ich habe noch ein bisschen höher. Also müssen wir halt ein bisschen früher hochgehen. Nicht so tragisch. Dann können wir das auch hier etwas angleichen. Müssen wir halt hier die Schräge etwas früher machen. Ist ja nicht so tragisch. Vielleicht hier nochmal ein bisschen verschieben, damit sich das gerade zieht. Damit die Schräge gerade aussieht. Perfekt. Siehste. Sieht doch anständig aus, wenn du mich fragst. Gut. Müssen wir nun die Richtung ändern. Weil die Richtung ist jetzt verkehrt. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Jetzt nicht gleich mit irgendeinem Scheiß kommen. Von wegen, das geht nicht. Genau. Das führt in die Richtung. Das führt nach da. Und von da aus geht es nach da rüber. Und nach da lang. Perfekt. Anschluss ist gemacht. Der sieht gut aus. Der passt soweit. Hiermit bin ich noch nicht ganz zufrieden. Jetzt hätte ich das doch nochmal höher hier. Genau. Vielleicht so. Oder doch eher so. Genau wie hier. Machen wir das so. Genau. Machen wir das so. Perfekt. Habe ich doch eine schöne, eine schöne Anbindung hier an den Flughafen gebaut. Sieht doch voll geil aus, wie ich finde. Auf jeden Fall. So. Dasselbe machen wir jetzt hier aber nicht ganz so extrem. Problem. Wir machen jetzt hier. Der war so krüppelig dann, wenn ich den baue. Auch geil, ne? Kann ich auch vielleicht mal irgendwo bei einem Let's Play probieren. Krass. Was für ein Ding, ey. Oh Mensch. Untergebaut kriege ich den nicht, ne? Ich bin doof. Ich bin doof. Hör doch gerade ein, ein Flughafen muss baumfrei sein, damit das Laub nicht von den Triebwerken angezogen werden darf. Ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, ein, ein, äh, ein paar, ähm, Props runterzuladen. Also Props sind so kleine, kleine Items wie, ähm, Moment. Props sind Items wie zum Beispiel, ich suche gerade ein Prop, ob ich irgendwo eins finde. Beispiel wie sowas hier. Hier, wie so eine Solaranlage, die oben drauf steht. Die kann ich dann frei platzieren in der Welt. Das ist, das ist dann so eine Art, ähm, äh, Dingens hier ist das, glaube ich. Das fällt dann unter Parks und Plätze. Die kann ich platzieren in der Welt, wo ich die will. Und dann würde ich gerne, ganz ehrlich, würde gerne so einen Zaun hier drum ziehen. Weil um einen, äh, Flughafen ist immer ein Zaun gemacht, damit da keiner aufs, aufs, äh, Feld läuft. Das würde ich eigentlich ganz gerne machen. Mal gucken, ob wir das noch hinbauen irgendwie vielleicht. So, wir binden das mal gerade hier mit, äh, Wasser und Strom an, das Ganze. So, und machen doch... Ja, das geht natürlich nicht, das war klar. Machen wir das jetzt so. Ach so, zum Kotzen. Egal, machen wir drei Lettungen rein, ist nicht schlimm. So, Wasser haben sie auf jeden Fall schon mal. Strom kriegen sie auch jetzt. Ich muss nur gucken, ich muss den Strom wahrscheinlich über den Kreisverkehr leiten. Weil das darf natürlich nicht über das Feld laufen, das Ganze. Möchte schon anständig bauen. So. 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 Ist egal. So. Moment. Wollen wir dann wieder zurückgehen auf das Ding hier. Das gefällt mir aber doch nicht. Weil das ist halt hochgebaustig scheiße alles. Hm. Damit ich den kleinen irgendwie nicht da reinbauen könnte. Oh. Klammatten. Klammatten. Klammatten Kreuz. Bin mal so ein paar Dinger ja damals mal runter... Runtergeladen. Krass könnte das Ding machen. Alter Schwede. Äh. Ich hab mir da mal so ein paar Dinger runtergeladen, die ich mal verbauen wollte. Aber die meisten... Da komm ich nicht zu, weil die zu groß sind. Lol. Ich muss da einfach reinbauen, wenn ich wollte. Ich bin der hier. Nehmen wir nochmal gerade den. Den scheiß in der Mitte weg. Und... Ziehen den vielleicht nochmal ein bisschen auseinander. Nämlich doch genau das, was ich will. So ein Kreisverkehr. Den wir dann... äh... Was nehmen wir denn? Äh, dann... Vielen Dank.